reviewzeit ladies und gentlemen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren knuffigen kleinen super coolen funko pop figuren review auf darkschnagger reviews heute zeige ich euch den zweiten ausbeutlingen von der german comic con aus dortmund ja ich habe mir zwei pöpse mitgenommen ich habe mir einmal den tony stark den in der letzten review gesehen habt mit genommen und den batman den wir hier sehen und zwar den earth to batman erde nummer zwei batman der hat mir sofort zugesagt weil ich bin ein großer batman-fan und dieser kleine süße pop hier musste jetzt auf jeden fall zu mir kommen für alle die die letzte folge nicht gesehen haben noch eine kurze erklärung werden dieser sticker macht diesen pop ist sehr ja könnte man jetzt eigentlich nicht sagen aber er macht ihn auf jeden fall besonders denn den gab es nur auf der german comic con dortmund mit diesem kleinen sticker darauf steht noch erst first to market exclusive das heißt auf der german comic con sollte diese figur als erstes auf dem funko markt sozusagen erscheinen was ich persönlich aber nicht glaube ich weiß nicht ob es jetzt wirklich der fall war ihr könnt ihn wahrscheinlich dann auch so irgendwie ja euch schnappen und in eurer sammlung packen ja ansonsten würde ich sagen sitzt ja in seiner coolen typischen franco verpackung ihr seht hier oben drauf ist das pop heroes zeichen ich glaube das ist die erste figur in meiner sammlung die das pop heroes zeichen hat und natürlich die comics super heroes nummer 62 vorne drauf ein typischer markt schaut von der figur die in dieser verpackung thront dann hier noch earth to batman vinyl figure keine altersfreigabe dieses mal ich glaube bei der letzten figur war es ein ab 14 wird man ist irgendwie jugendfreier auf der seite ein bisschen unspektakulär dieses mal wir sehen einen kompletten markt schaut kartonisierten markt start von batman selbst im hintergrund leider nichts spektakuläres dieses mal es ist so eine leichte kleine animations explosion zu sehen in einem dunkelrot gehalten sieht aus wie eine uralte comics seite halt aber leider da nicht so ein großes highlight über den anderen töpsen die ich bis jetzt euch vorgestellt habe und noch dass die comics zeichen oben drauf das muss sein und ihr seht hier schon meine verpackung hat leider einen kleinen detscher abgekriegt das war von anfang an so hier wahrscheinlich von von der sagt schnell erlagerung auf der comic-con das habe ich leider auch erst hinterher gesehen aber nun gut ich muss damit leben also das passt schon auf der rückseite dabei stehen geblieben nix gar nichts was die nix ich bin wie gar nichts das kann ich sein ist da muss doch noch was sein das habe ich noch nie gesehen sagt mir mal dass ihr das noch gesehen habe dass ich auf der rückseite noch nie was ist ja also ansonsten hier die super heroes des batman zeichens was hier dieser nette pop auf seiner brust hat und ansonsten haben wir nichts mehr was ist da los aber bevor ich jetzt in trauer ausbreche werde ich diesen kleinen bett mal aus seiner verpackung befreien und ihn kurz mit euch ja anschauen damit ihr auch mal wisst wie der kleine kerl wirklich aussieht und da ist er nun der erde 2 batman fanko pop er sieht sehr sehr knuffig aus natürlich typisch fanko na der sieht schon wirklich sehr sehr stark aus hier natürlich jetzt auffällig da er von erde 2 kommt erde 2 ist ein paralleluniversum von dem bekannten die sie ich wollte sagen oh gott nicht steinigen von dem bekannten die sie universum naja da heißt da heißt es dass die batman natürlich ein bisschen anders aus es gibt verschiedene dimensionen oder erden auf denen es immer wieder einen anderen batman gibt und der hier gehört jetzt halt auch dazu typisch sind seine roten augen seine roten knopfaugen die sehen hier sehr gut aus was mir auffällt ist dass seine maske seine caro ist ein bisschen in matt schwarz gehalten das ist kein hochglänzendes schwarz gefällt mir so recht gut aber er sieht ein bisschen dreckig aus muss ich sagen falls ihr das mal so seht es ist nicht gerade so wo ich sagen muss sieht richtig fett aus leider nicht er ist sehr matt gehalten diese kurzen öhrchen hier oben für dich cool die erinnern mich sehr stark an den dark night batman den wir auch später in batman vs superman sehen werden das mag ich sehr das hat was er hat sonst keinen mund am start nur seine kleine nase hier ist so ein bisschen hautton am start nur ein schöner hautton ein bisschen sloppy paint job aber ansonsten ist er völlig okay vorne drauf sehen wir sein batman zeichen auch auf wieder so eine anlehnung an den dark night von frank miller dieses dicke batman zeichen auch das hat der erde 2 batman hier euch zu bieten ansonsten ja highlight technisch ist es natürlich wenn man er hat dann einen komplett schwarzen anzug an ihr seht noch seinen utility belt der ist auch in diesem dunkelrot weinrot schon gehalten der sieht wirklich sehr sehr schick aus das hat was ansonsten sehen wir hier noch an den seiten seine typischen mehr drei zacken die an seinen handschuhen trägt auch das sieht wirklich sehr sehr schick aus und dann hat er auf der rückseite hat noch seinen kleinen süßen umhang mehr gibt es einen diesen kleinen batman eigentlich schon nicht mehr zu sehen außer dass dieser umhang von innen drin ihr seht das mal ich versuche auszuleuchten damals auch noch so einen weinrotton hat was mir auch sehr zusagt das ist sehr sehr schick aus das hat was ansonsten hat dieser batman leider nur eine standard und franko pose so dieses typische stillgestanden sieht sehr lustig aus und er ist natürlich da er kein marvel pop ist hat er auch kein bubble hat das heißt er hat eine normalen franko kopf den ihr dann halte nach links und rechts 360 grad fröhlich drehen könnte ja das ist er der dc super heroes to batman von franko pop mein german comic-con first to market exclusive pop den ich mir auf der german comic-con in dortmund gekauft habe auch dieser kleine kerl hat mich ganze 20 euro gekostet ob es das am ende wert war ich denke schon weil ja die kleinen pöpsel werden meine sammlung sowieso nicht verlassen und ich bin froh ihn jetzt in meiner sammlung zu haben es gab auf der comic-con noch einen anderen exklusiven pop den habe ich mir jetzt allerdings nicht geholt und zu einen star wars pop und zwar einen androiden wer da interesse daran hat ich weiß nicht ob meine reviewer kollegen christian oder silent mike den kleinen kerl mal vorstellen schaut da mal rein ansonsten könnt ihr euch dann netz mal ein bisschen schlau machen der sah auch ganz lustig aus aber ich wollte jetzt nicht für drei pöpsel 60 euro ausgeben da dachte ich mir dann am ende auch ein bisschen hardcore ich wollte eigentlich mein geld noch für was anderes aufsparen auf der con aber nun gut jetzt habe ich die zwei pöpsel hier und bin sehr zufrieden damit ja ob er euch gefällt könnt ihr mir natürlich wie immer gerne mal in die commis schreiben und ansonsten würde ich sagen was das für diese review leute danke fürs zuschauen macht's gut bis dennne dann und reingehauen diese drehtage sie sind echt schwer und anstrengend da muss man doch erstmal schön schlüpselte trinken und es sich gut gehen lassen die kamera ist ja noch an tja liebe leute prost thema batman das war ja nun der funko pop batman für euch am start der german comic-con exclusive ja das ist die zweite popfigur die ich aus der german comic-con mitgebracht habe die dritte gibt es leider nicht aber ich denke mal dass ihr den ein oder anderen noch bei meinen freunden auf dem kanal vielleicht sehen werdet leute das war's für diese ausgabe für diese folge auf der rechten seite ist natürlich noch die letzte folge für euch verlinkt und wir sehen uns dann wie immer im nächsten video macht's gut bis dennne dann und reingehauen brust sehr lecker sehr lecker